Hallo, das ist nicht mein normales Alltagsoutfit. Wo befinden wir uns denn jetzt hier? Ja, wir befinden uns auf dem landwirtschaftlichen Betrieb Hermeling in Ohne. Warum bin ich denn jetzt hier so schick angezogen? Ja, wir sind einmal durch unsere Hygieneschleuse gegangen. Das dient zur Biosicherheitsmaßnahme, damit wir keine Erreger bzw. Krankheiten in unseren Bestand holen. Die Jungsauen werden hier eingegliedert und in einem Gewichtsbereich von 135 bis 145 Kilo belegt und rübergestallt in das Deckzentrum. Wir befinden uns jetzt hier im Deckzentrum und ja, was passiert hier dann genau? Genau, im Deckzentrum werden die Sauen belegt. Das ist jetzt hier unsere Absetzgruppe, die am Samstag abgesetzt worden sind. Und gerade waren wir im Jungsauenaufzuchtbereich. Die Jungsauen, die werden nach und nach im Wochenrhythmus mit eingegliedert. Was bedeutet Absetzen genau? Da werden die Babyferkel quasi die Kinder der Sauen von den Mutterschweinen abgesetzt. Die kommen dann in den Ferkelaufzuchtbereich. Und was ist mit den Ebern? Kommen die ab und zu mal zu Besuch oder wie ist das? Ja genau, die Eber, die ziehen wir genauso auf wie die Jungsauen. Wir halten uns immer zwei Eber warm sozusagen, die dann hier zum Stimulieren oder als Sucheber vor den Sauen herlaufen. Die laufen dann quasi genau hier, wo wir jetzt stehen. Hier sind ja ganz viele süße kleine Ferkelchen. Wo sind wir denn hier? Ja, hier befinden wir uns im sogenannten Abferkelbereich. Hier kommen die Sauen eine Woche vor dem Abferkeln hin und bekommen nach 115 Tagen circa ihre Ferkel. Und warum sind da so Gitter? Warum liegen die Sauen in diesem Gitter? Das ist ein sogenannter Ferkelschutzkorb. Der wird benötigt, damit die Sau sich langsam hinlegt und nicht ihre kleinen Ferkel erdrückt. Ja, die sehen ja schon ganz hungrig aus. Was passiert denn jetzt mit den Ferkeln? Und wie lange bleiben sie bei ihrer Mutter? Ja, die machen sich jetzt bereit für ihren weiteren Lebensweg hier. Da ist immer ganz schön zu sehen, dass sie schön vital auch ans Gesäuge gehen und die Muttermilch trinken. Wir haben eine Säugezeit von circa 26 Tagen. Dann werden die Ferkel und Sauen abgesetzt. Dann kommen die Ferkel im Ferkelaufzugbereich. Das ist der sogenannte Kindergarten, der Ferkel. Und die Sauen gehen dann wieder zurück ins Deckzentrum. So, die Ferkel sind jetzt schon ein bisschen gewachsen. Wie alt sind die? Diese Ferkel sind jetzt am 12.10. abgesetzt worden mit einem Gewicht von circa 7 Kilo und befinden sich jetzt hier im Ferkelaufzugbereich. Also das sind quasi die Teenager unter den Ferkeln? Ja, genau. Die sind erst interessiert, spielen gerne und haben Hunger. Und was passiert dann mit ihnen? Die bleiben hier circa plus minus 50 Tage im Ferkelaufzugbereich und werden dann mit plus minus 30 Kilo im Maststall umgestallt. Wir haben jetzt die Stahlanlagen verlassen. Gleich geht es raus aus den schicken Klamotten. Aber in welcher Generation besteht der Hof eigentlich schon? Der Betrieb ist im 12. Jahrhundert schon mal erwähnt worden. Und ja, so lange sind wir hier schon am Werkeln und haben den Betrieb so weiter aufgebaut. Mit Großeltern, Eltern und die nächste Generation ist auch schon unterwegs. Nächste Generation ist schon unterwegs. Dann ist es ja eigentlich gut bestellt um den Hof. Ja, eigentlich schon. Eigentlich sind wir ganz gut aufgestellt mit unserer Größe. Wir wollen auch gar nicht größer werden, sondern optimieren. Und ich würde gerne den Hof an die Kinder weitergeben. Nur im Moment wird es halt schwierig von der Politik gemacht. Woran hakt es denn? Ja, wir bekommen einfach aus politischer Sicht immer mehr gesetzliche Auflagen, die wir erfüllen müssen. Wir brauchen da einfach mehr Planungssicherheit, dass wir unsere Ställe einfach zum Beispiel mal so lassen können, wie sie aufgebaut sind. Okay, wenn das gegeben ist, dann wird der Hof bestimmt noch einige Jahre weitergeführt werden. Das war der Adventskalender für heute. Wir ziehen uns jetzt um und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Türchen.